Was hast du gesagt? Von uns, also von uns, der American Dragon. Können wir machen, diese Drache mit Brille. Nein, nur die Mädchen. Echt nicht gut, dass vier Mädchen den Drang steigen lassen, aber nicht die Jungs. Ja, das ist ja blöd. Wir können den anderen zwei Jungs machen. Wir, Sascha und ich. Weil wir sind die Schnellsten aus der Klasse. Und was die Mädchen gemacht haben, sollen die fliegen. Was die Jungs gemacht haben, sollen wir fliegen. Ja, dann können doch Sascha und ich machen. Dann können wir, ja, dann fliegt ihr. Und dann kam sein Flugzeug und dann sieht er einen Drache. Und dann, wow, American Dragon! Am alten Mann, die die Diefen. Wieso? Das ist ja unfair. Das ist ja unfair. Einmal das Bier. Voll nicht. Nein, nein, nur noch. Was denn? Ja, aber bei Ulf! Guck mal, Ulf! Du hast das schon bei der Mitte. Und das war dieser Drache. Hallo für einen Lieber, ich habe hier eine zu kleinsten marker máquinein. Schneller auf! Ist das unser Name? Ja, denn der ist vielleicht genau. Ja, und der heißt, wird es gar nicht war. Das heißt, ich verstehe. Ganz cinqентов. Leib мной ist für eine Panzerentrenkung. Vielen Dank.